Ja guuuuut... Boah... Mit einem Schlag sieht es also so aus... Wir sind ja hier schon in der Umgebung, daher... Komm... Scheiss drauf... Die gehen ja ganz schnell... Also wenn ihr so spawnt neben mir, dann sind die hier ziemlich schnell durch... ... dass die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kommen irgendwann schon zu Ende Kommen irgendwann schon zu Ende Irgendwie doof, aber auch gut So, einfach geht's Ich frage mich, bekommen wir irgendwie noch was Besonderes, wenn wir die alle abschliessen Oder ist das einfach so just for fun Um vielleicht das Auto aufzutesten Oder so Nicht gut Boah Einfach die ganzen Leute killen Ich komme nicht hinterher Das Auto fährt zu schnell Okay, wir haben's Ich dachte schon Okay, das waren schon alle Und es gab ab so gar nichts Okay Naja Hört aber sicherlich auch irgendwie zu 100% Gut Gut Ich finde da Reden sie mit Iliana Über Kartuschka Kartuschka Wer war Kartuschka nochmal Iliana weiss ich, aber Kartuschka Wie soll sie mit ihr sagen? Wie sagen Sie mit Mr. Chen? Hören Sie mit Mr. Chen U-Chan? Ich wusste nicht. Ich habe nichts, aber Respekt für diese Sonne. Bitte, ich werde dir helfen, wie ich kann. Wie wissen Sie, Katushka? Wir sind Freunde. Freunde? Don't fuck with me, Chan. Okay, okay. Wir hatten ein Arrangement. Ich habe sie verabschiedet. Ich habe sie verabschiedet. Sie hat sie verabschiedet. Hast du sie vorhin gesehen? Nein, nur für eine Woche, zumindest. Sie hat sie nicht zurückgebracht. Wo ist dieses Apartment? Ich gebe dir die Anrufe. Was anderes? Sie hat mich gefragt, dass sie ihre Papers bekommen. Eine Visa. Aber ich weiß nicht, wie sie Papers bekommen. Ich kann sie nicht heiraten. Ich gehe schon weg, du kennst. Okay, gut zu wissen. Vielen Dank. Ging ja einfach. Ciao, Ilyana. Wieso durch die Hintertür? Ah, gehen Sie zu Katushkas Apartment. Ah, gehen Sie zu Katushkas Apartment. Gut, man könnte ja auch einen normalen Weg nehmen. Ah, das ist das Apartment, das wir schon mal gewohnt haben. Okay. Ja, jetzt ergibt alles Sinn. Ja, da waren wir schon mal. Das ist das Apartment. Das ist das Apartment, das offen ist und alles durchwühlt ist. Suchen Sie aber am Apartment nach nützlichen Informationen. Sie finden nichts interessantes. Damals habe ich mich ja gefragt, was hier passiert ist. Offensichtlich ist sie schon lange vermisst. Wie es mir scheint. Proven Sie Tang an. Tang, es ist Wei. Wir denken, dass er stark in ihrer Schmuggling-Operation ist. Wohin kann ich ihn finden? Er mag, zu sparen. Frequenz ist ein kleines Platz in Central. Ich werde dir die Adresse und den Schmuggschot. Gut. Vielleicht kann ich einen Bug auf ihn planen und sehen, wo er die Mädchen nimmt. Wie wirst du das machen? Ich werde es zu ihm verlieren. Auf Poker. Fallupdate animiert. Dame identifiziert. Kartuschka. Kampfspuren in einem Apartment gefunden. Fall auf Aiden Cashmuggler zurückgeführt. Ja, Stufe 10. Was will man noch mehr? Ja, People. Ich werde euch Kauble ab jetzt auf das, was meine Handeln fragen. WOLF! Was ist das hier? Alle werden auf die Klappe zurückgezogen. Alle werden die Klappe zurückgeführt. Dann zlicke die Klappe zurückgeführt. Jetzt bin ich den Blick auf einer Klappe zurückgezogen. Zähо. Die Klappe zurückgeführt. Die Klappe zurückzuführen. Hey, it's way. I need a car. Sorry, I don't have any time. Really? Wieso denn keine Zeit? Ach, Junge. Ich habe hier vorhin Chaos veranstaltet. Keine Zeit. Kannst mich mal mit deiner Keine Zeit. Ja, bye. Sorry. Sorry. Aber mit dem Auto kann man echt nicht gut fahren, weil es einfach schon viel zu schnell ist. Ja, ist ja gut. 36.000. Egal, ich kaufe mir das. Ich hoffe, du magst es. Uh, das ist eine herzliche Wahl. Ich werde das einfach aufhören. Uh, das ist eine herzliche Wahl. Die Farbe. Es matcht deine Augen. Ich hoffe, du magst es. Ich hoffe, du magst es. Ich hoffe, du magst es. Ich werde das einfach aufhören. Danke sehr, 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 sehr. Bye. Danke. Tschüss. Wow. Sehe ich schick aus. Nice. Warum hast du nicht einen Pog-Bun in deinen Handen? Ich habe jetzt schon was zu essen. Danke. 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 Kleiden Sie sich wie ein Highroller und passen Sie sich an. Ich bin ja schon so angezogen. ja gut abgesehen von der Mütze Abitze DEM REPUBLICAN DEB DEB DEM DEB 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017